Was ist ja gemeint ist, oder? Den sieht es hier ab. Nee, sieht scheiße aus. Irgend so ein blöder Stein hier. Kann man irgendwo anders machen, in der Wüste oder so. So. Ja, soll ich noch ein paar Blümchen pflanzen? Blümchen pflanzen? Blümchen pflanzen? Ja, sieht doch so kahl aus. Ja, mach doch einfach. Mach doch schön. Mach es doch schön, Mario. Mach mir mal eben noch ein Bottich mit Schla. Ah, voll lecker. Mach mir Bock drauf. Bläh. Fettige Zeug. Kann ich nicht mehr sehen. Genau. Früher als Kind so viel. So viel von mir fressen. Genau, ich auch. Könnte natürlich auch noch so einen kleinen Pool bauen, aber nee. Muss auch nicht. Ja genau, ich wollte auch außen noch hier so ein paar. Aber die habe ich ja nicht gefunden, die Kackdinger. Darum wollte ich sehen, wo mein... Ist ja wohl noch ein Table? Wahrscheinlich nicht. Wollen ja nicht alle so eine Elfengleiche Figur haben wie du. Ja. Dann muss ich die mal suchen. Könnte nicht so weit sein. Der Fla Engel. Der Fla Engel. Der Fla ist mir auch zu süß irgendwie so, ne. So laxig irgendwie so. sein wird besoffen wird es dann kommen gar nicht so keine milchprodukte auf sagst du immer wurde nicht und getrunken oder nachher gesagt man auch hier war sind keine mit liegt aber daran wartet ist natürlich nein eigentlich wo er das aber auch nein ja da sag ich gar nicht sag ich da erst mal jetzt nicht da soll ich immer später weil ziemlich zuhört auch wenn du mir zuhörst dann kann ich dir auch nicht helfen meistens nicht ach du hast sie dann käse naja ist schon okay ist deswegen macht das gut mit dir aus recht papa hat recht aus dem kommst du gar nicht gut mit mir aus ich komme gut mit dir aus zurück und auf dem mond gibt es kein käse das hat jeder gut reingelegt in der mond ist aus käse wo soll der denn aus käse sein hier minecraft wird generell wohl kaum ist aus aston gedreht ach scheiße dann muss die lampen noch wieder ein tiefer setzen mist kack mache ich etwas anders mache ich aber hier sogar drunter man sieht bestimmt auch scheiße aus komm hier dann mache ich die lampen mal einen tiefer da musst du mich verarschen steht der müller mein weg ja hallo junge 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 das dauert aber das haus kriegt keinen keller da habe ich jetzt keinen bocken drauf da kann man immer noch mal machen ach goldene dachrinnen ne kupfer kupferdachrinnen hier gibt es sowieso keine regen das ist sinnlos Marco macht da auch noch so eine leiter in deinem ach ne das sieht ja so gut aus mit dem wasser ja ich hab auch schon überlegt vielleicht kann man die äh also einen block nach hinten setzen aber ich weiß noch nicht so genug man weiß es nicht hat er bestimmt auch wieder nicht gehört ne da war ich noch nicht ich dachte ich wäre schon einmal rum ja ne ja ja ne gleich durch blöd Du bist doch steig! Habe ich jetzt eigentlich überall die ganzen Ecken gemacht. Ich glaube nicht. Lauf mal nochmal rum. Hier. Haben wir so vergessen. Das ist mir auch eine Rätsel, warum der hier immer so rumspinnig ist. Ja. Komm mal bei dir zu gucken. Das sieht doch schon richtig gemütlich aus. Guten Tag. Schön. Habe ich schon mal gesagt, dass ich dich hasse? Hast du einen Kamin gebaut? Hast du einen Kamin denn gebaut? Ja. Ist ja auch dein draußen zu sehen. Ja. Schön. Hast du schön gemacht. Ich bin sehr stolz auf dich. Ja. Oh, bei mir sieht es aus wie ein Bunker. Ja, da kommt ja noch von außen. Ich will da noch irgendwie oben so eine... Ich weiß nicht, ob ich jetzt ein Spitzdach drauf mache. Oder ein Flachdach mit draußen rum. Noch so eine... Ähm... Was soll ich da zweistöckig? Dann ein Flachdach. Dann wäre so ein Bungalow, weißt du? Mhm. Mach doch ein Pultdach. Obwohl, dann müsste es eigentlich andere Winkel vorhaben. Wäre schöner. Wenn man so ein... Wenn man zwei verschiedene Winkel hätte. Ich könnte jetzt natürlich auch ein Spitzdach machen. Wäre auch cool. Dann ist auch so ähnlich dann wie bei dir. Ja, wie war eigentlich, ne? Außer wie das Lagerhaus da hinten. Da ist halt so die Ecke hier, ne? Hm. Da ist halt so die Ecke hier. Wollte da mal einen Notenblock hinstellen. Ja, aber das ist ja auch. Oh, oder? Unsinn. Einheiten. Das ist das Ding. Die zueinander passen. Ich bin nicht das schon wieder am suchen. Mist. TNT. Da. Klappenspieler. Da ist ein Notenblock. Ich muss jetzt erstmal nach Notenblock nicht mehr. Ich wollte gerade auch schon mal einen Pool ausgraben. Hahaha. Hä? Wir haben einen Gartenzahn glaube ich hier. Echt? Ich dachte wir wollten hier einen gemütlichen Gemeinschaftsgarten. Haha. Dann könnten wir davon nur so ein Tor reinmachen. Oder... Ein Torbogen. Ein Tor der... Ein Tor der Liebe. Hahaha. In Rot. Äh. Suchen wir das einfach mal. Anna. Ich glaube ich mach meinen auch weiß. Dann sieht er besser aus. Ja, mach ich meinen glaube ich auch mal. Ein bisschen einheitlich. Ne, da mach ich meinen grün. Mach ich meinen pink. Ja, das stimmt. Wo sind denn die Herzen? Ein paar Rosen da rum ranken lassen. Blumentöpfe mit Rosen dran machen. Könntest du theoretisch machen. Hier oben so auch die Dinger Blumentöpfe drauf stellen. Und dann so... Hülschen drauf. Geht gar nicht, wa? Bei. Da geht wohl. Da muss ich... Einmal so ein Planken noch dazwischen klatschen. Hm? Ja.